Das ist für mich wirklich eine Frage, wie kann man ein freies Geistesleben finanzieren, ohne dass man irgendeine Ware verkauft, weil ich habe keine Ware zu verkaufen im Grunde. Ich kann es eigentlich nur schenken. Es gibt keinen bezifferbaren Wert von der ganzen Sache. Was sollte man da für einen Preis festlegen? Und dann werden Menschen ausgeschlossen, es soll wirklich jedem zugänglich sein. Und wer kann und will und es unterstützt, weil natürlich kostet alles Geld. Weil Geld gibt halt die Möglichkeit, Dinge umzusetzen. Das ist das Grundanliegen exakt einfach. Es ist wirklich auch eine Frage, wie man sowas tun kann. Es gibt kein gescheites Modell dazu, wie es in der Freiheit passieren soll. Ganz einfach. Und je mehr wir machen können, desto schöner. Ich möchte eine gute Meinung nach im Zusammenhang mit dir einmal. Ich kann es nicht nur noch ein bisschen mehr machen. Was für eine gute Information ist.